hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu ww2k16 unser king of the wing wir sind in der zweiten runde und es ist ein heftiges gemetzel der gestern war ja ein schneller fight und mal sehen was mich heute so erwartet ja und mein übelster gegner ist der kleine onkel ja das sagt der mit dem kleinen onkel aber okay ja ich musste ja schon mal ein bisschen schwächen vorher so jetzt lustig du darfst auf die linke seite oder schon mal gut und wer bin ich ich habe keine ahnung was mich erwähnt du bist finn bähler mit dem war ich auch ganz gut ja der fand ich auch ganz gut auf liebe freunde sind jetzt bei mir welchen ich habe und zwar den jahr für meine zuschauer exklusiv die sind es zuerst ja bin gespannt hat mein gegner das wird ein hard des game den welt nehmen und das ist das erste was ich gerne haben möchte bei dem das ist nur so druck drauf weiß und den werde ich dir auch extra deswegen nehmen warum muss ich mir immer nur seltschläge zwischen die kiemen schieben das gibt's ja gar warum musst du denn äh ich weiß es nicht weil du wirst es gleich verlieren mein freund weil ich dir den nehmen werde denn ich bin der dämon oh gott sieht der scheiß aus hey wir machen doch mit x hier was ist los achten oder ungewöhn der macht wieder alles hier weiße mit unfairen tricks jetzt ist er gar nicht auf jetzt hat er gar nicht auf naja gut das kriegst du wieder mein Freund das ging jetzt nicht mehr am einen ja 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 das werde ich auch mal machen wenn ich da ein paar ist aber jetzt mein Gott halt die Fresse ich hätte ich habe etwas zugeschlagen ich war jetzt gleich hast du überhaupt gar nicht angetroffen arm mannen jetzt sind juli voll morgen Mann stehe auf Junge bei einem ein Mann 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 auu ja ok ok nehmen wir es so auf mach doch einfach mal immer selbe mach immer wieder was anderes ne machst du immer wieder selbe mein Gott zweimal hintereinander ist noch nicht tausendmal was anderes also was schlimmes was guck jetzt da hast du gesehen was anderes das wird ein herausragendes game so geht's auch ah das ist gut bei dem Moves da kannst du nämlich meistens nicht blocken von hinten oh Gott der macht den Big Splash oder springt einfach um mich rauf Big Splash da 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 oh nein der macht wieder trickt mich durch die Gegend auu also bei manchen Moves da kriegt man ja schon ein bisschen Angst ne mein Dämon steht langsam auf hier mein Dämon er steht langsam auf langsam sehr langsam er ist doch direkt bewusstlos weil ich da rumgetragen hab das ist schon wieder sehr lustig na komm mach was Mann der war doch letztes mal so gut er ist das jetzt wegen seinem Outfit wegen seinem neuen daran wird es wahrscheinlich liegen ne Ne oh steh auf Winnie steh auf bitte steh auf ja das wollte ich haben upsala that's me this one dangerous man schönes ding schönes ding ehrlich das muss ich ja sagen ok boah und der finisher, ja herrlich und jetzt covern, komm ohne irgendwelche moves zu machen und eins, zwei und komm bitte weg, weg, weg ja, ja weg mit dem das ist so schön, das ist so schön, das tut gut, das tut so gut ich werde dir alle nehmen, ok, ich werde sie dir alle nehmen möchtest du ihm was sagen, weil du weißt ja, der Verlierer, der hat ab und zu mal das Wort okl hat die Salzstelle verschluckt, liebe Leute tja, boy, white, boy, white, wie auch immer, das war's, du bist leider raus Onkel, möchtest du was dazu sagen, hm? ich hab hier so nen Wichser am Mikrofon ne, äh, am Headset am Mikrofon sitze ich in meinen Ohren er hat grad wo denn gesagt, jetzt hat er aha gesagt jetzt hat er in deinen Ohren gesagt jetzt hat er lacht er grad ja, die Verlierer ich sag dir, ja, die Verlierer müssen immer moppern und zicken merkt euch das merkt euch das, sagt er grade ich bin schlecht du bist schlecht so, ja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war wieder richtig toll, dass ihr dabei gewesen seid ich freu mich auf morgen wieder, dann geht's weiter mit der zweiten Runde schaut auf jeden Fall mal bei Gamer Check LP am Kanal vorbei, bei mir Revano LP und dann würde ich sagen, bis morgen, ciao 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 ciao